Hallo Leute, das ist Episode 199. Äh, eigentlich wollte ich noch gar nicht aufnehmen direkt, aber ich hab hier direkt mal einen Riesen gesehen. Deswegen hab ich direkt, einfach mal direkt so angefangen. Oh fuck, ich bin so... Bums! Oh fuck, 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 wo ist er? Oh, okay, der ist weiter weg. Ah, ich dacht grad schon. Ach, dann ist ja gar kein Problem. Seele gefangen. Sucker, bam. Also der Mammut war schon tot. Nicht, dass ihr denkt, ich würde ohne euch Leute töten. Nein, ich doch nicht. Ist ja unanständig sowas. Glücklicherweise hat er für mich auch die ganzen... Wie heißen die Viecher hier? Uh, okay, abgeschlossen. Hä, egal. Was wollte ich sagen? Der hat Wölfe gekillt für mich. Ja, das ist echt klasse von dem. Gefällt mir. Der ist mir direkt richtig sympathisch gewesen. Nur dachte ich dann, ich muss ihn töten. Und deswegen ist er jetzt tot. Und deshalb ist es so unglücklich gelaufen. Naja, kann man nix machen, denke ich mal. Fakt ist, wir müssen jetzt weiter. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen. Oder ist... Ach, stimmt, es wird ja automatisch hier weggedingst. Das ist aber nicht schlimm, weil ich mir einfach ein neues rufe, was hinter mir erscheint. Und das ist ziemlich gruselig. Irgendwann rammt es mir noch ein Dolch in den Rücken. Man kann nie wissen, es ist da noch eine Höhle. Ist ja hammerhart, ey. Wenn es hier noch irgendwo hoch geht, dann ist es perfekt. Ja, sieht nicht allzu schlecht aus. Da backt es wieder. Hä? Bin ich in einem Berg drin? Oh shit, ich war in einem Berg drin. Gut. Das ist, äh... Komisch, aber... Ja. Was soll ich dazu sagen? Hammerhart. Ist das eine Truhe? Tatsache! Eine Leere! Hm, wie ich leere Truhen liebe. Das war Sarkasmus. Ich weiß nicht, ob man es rausgehört hat. Aber das gefällt mir gar nicht. Hey, da ist eine Truhe. Sogar mit was drin. Oh yeah, das gefällt mir schon mehr. Scheiße, man. Da liegen einfach mal so Platten rum. Gut. Ein Rucksack. Ah, die Schaufel war mir jetzt eigentlich eher egal. Aber der Rucksack, der ist noch besser. Gut. Kann ich da rein, oder? Nö, das ist wohl der Ausgang für... ...irgendeine Mine, die anscheinend in der Nähe ist. Jedenfalls muss ich da jetzt hoch. Ich denke nicht, dass es so weit weg ist. Hm. Ich denke mal, ich rufe jetzt mein Pferdchen nicht. Das dürfte ich auch so hinbekommen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann bin ich gebumst mal wieder. Irgendwie kommen keine Gegner. Hätte ich doch hochreiten können. Willst du mich verarschen? Da ist anscheinend ein Mammutlager. Wir müssen da... Ja, dann sind da Riesen. Wenn da Riesen sind, dann habe ich Angst um mein Leben. Bam. Ist ja auch irgendwo mal, wo ich sie verarschen kann. Egal. Conan kriegst du nicht. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ey, hier. Bam. Bam. Und werdet zu Aschen. Theoretisch müssen wir der Asche werben. Ja, das ist die Theorie halt, ne? Sollte ich mich herablassen? Ich lasse mich herab. Okay, was geht bei euch so ab? Käse geht ab anscheinend. Die stehen Assi auf diesen komischen Käse, der Assi ekelhaft ist. Aber Assi, Assi. Steinhügelklippe entdeckt. Und ne Truhe. Ja. Ich weiß nicht. Ich war vorher dann... Steiger die Fertigkeit schwer. Rüstung und 22. Ist okay. Ich war vorhin nochmal schnell vor der Aufnahme so in der Akademie. Habe schnell alles abgelegt. Das ist alles ganz schnell, weil es schnell gehen muss. Damit ihr bloß auch alles seht. Der ist ja nochmal da drüber. Äh, Bärenpilz. Ja, ja. Okay. Alles in Ordnung. Jetzt muss ich nur noch hier raus. Oder theoretisch ist alles tot? Oder ist da noch irgendwo ein Mammut? Nee. Das Problem ist nur, ich muss eigentlich da hoch. Ah, das ist scheiße, ne? Das ist so sehr scheiße. Da ist so viel falsch gelaufen jetzt. Also... Das war gar nicht so geplant. Ah, aber... Na gut. Wie soll ich die Scheiße auch planen? Oh ja, natürlich steht da noch ein Riese rum. Hab ja sonst nichts zu tun, ne? Komm nachher. So, jetzt muss ich warten. Und dann... Mach ich den da. Und dann muss ich den machen. Ah, fuck. Oh, wie ich halt dann nicht mehr treffen kann. Jetzt nochmal. Malmal. Malmal. Bam, bam, bam. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Zack, ist er auch tot. Und ich hab so eine Seele. Boah, ich liebe Seele. Die vernasche ich zum Frühstück. Oh Gott, so ein Scheiß. Hä? Der hat dann noch einen Wolfs Pelz. Der hatte zwei Wolfs Pelz. Oh mein Gott, der rastet aus. Der hat schon so viele Wölfe getötet. Das ist unglaublich, du. So, der war unglaublich. Dass ich schon fast nicht mehr glaube. Ja, ja, komm, das kriegen wir auch noch hin. Oh, wo ist es denn? Oh, da ist es. Natürlich kommt es halt nicht da, wo ich es hinmache, aber egal. Wenigstens ist es schnell. Und es muss ja auch schnell gehen, ne? Naja, aber es geht ja nicht schnell, sondern es rennt schnell. Versteht ihr? Weil da vorne ein Gegner ist. Ach, das sind nur Wölfe. Jo, und zack, lässt es mich halt allein, ne? Das Pferd. Ich schütze mich wenigstens. Aber was ruf ich dich denn? Ja, rennt mal nicht so weg. Ich krieg nicht aus. Bam! Oh, hab ich grad vier Wölfe gekillt? Oh yeah, das hab ich. Hab ich's aufgenommen? Ja. Okay, dann noch von dir und noch von dir. Ey. Jetzt mal nicht so verklicken hier. Das muss nicht sein. Muss gar nicht sein. Da vorne scheint ein Drache zu sein. Plus Drachenwort. Zumindest, höchstwahrscheinlich. Ich mein, wenn da so ein Drachensymbol ist, dann erwarte ich das schon irgendwie. Ja, was heißt Drachensymbol? Halt so ein Kopf. Ein komischer Kopf. Halt ein Kopf von einem Drachen. Theoretisch. War hier irgendwie ein Battle? Also ich war's net. So viel kann ich versprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal hier nicht so in der Nähe war. Hm. Sieht aber cool aus. Ich mein, wir sind ja immerhin auf irgendeinem Hügel drauf. Jo. Ja, ich muss anscheinend da runter, aber ich mach erst mal den Drachen. Der hier anscheinend dann gleich kommt. Schätze ich. Ja, eigentlich muss er ja kommen. Also jetzt nicht so in dem perversen Sinne, sondern, ne? Ich verstehe schon, was ist denn da drin? Ja, interessant. Interessant. Sieht nicht so schlecht aus. Begräbnisurne. Ja, gut, die ist immer etwas karger, aber ansonsten nice. Ich bin überrascht, dass es hier so oben einen Schatz gibt. Oh, komm, muss ich jetzt echt da runter? Das muss da... Da ist ein Drache. Bam. Bam, bitch. Was sagst du jetzt? Oh, fuck. Das sagt er. Hat er gesagt. Jetzt ist die Frage, wo er ist, ne? Oh, shit. Oh, ho. Also nicht mit mir, du. Nicht mit mir. Jetzt, jetzt lande mal. Hallo? Und tot ist er. Jetzt nur die Frage, wo er landet. Jetzt sag nicht da unten irgendwo. Willst du mich verarschen, oder was? Boah, ja, das sieht arg unlogisch aus, was er da treibt. Ja, genau. Der bleibt da vorne stecken. Und da ist plötzlich, jo. Diese Logik. Und dann fällt er da runter. Wow. Also ich glaube, den hole ich mir nicht. Das ist, das ist scheiße. Scheiße für mich. Ah, trotzdem muss ich da runter. Das ist ja jetzt kacke. Oh, deswegen töte ich normalerweise Drachen nicht einfach in Mid-Air. Weil dann passiert nämlich so ein Scheiß, dass ich ihre verschissenen Drachenknochen nicht bekomme. Oh, ob ich da wohl runterkomme? Das kann bitter enden. Oho, hat geklappt. Das war er schon bitter. Aber da vorne ist eine fucking Truhe. Und die will ich haben. Gib sie mir. Oh. Die ID in der Magiker. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, komm, ich hab noch Platz hier. Das ist gar kein Thema. Jetzt ist nur die Frage. Ne, so kann ich den nicht looten. Ja, ist assi geil. Das gefällt mir. Da krieg ich so ein Ding, ey. Ach du Scheiße, siehst du. Da ist auch nix, sondern Drachenwort. Okay, Drachenwort. Hey, da ist jemand tot. Der Tod ist ein Abenteurer. Tja. Da ist er wohl tot, ne? Ja, das ist er. Ob ich das wohl war? Ich denke nicht. Mal gucken, was diesmal ist. Sieht komisch aus. Worte macht gelernt. Frost, Frost, Atem. Ja, komm, hier. Optimal machen wir direkt hier. Schnick, Schnack. Ja, drittes. Das ist das dritte gewesen. Not bad. Ich schätze mal, dass es dann stärker ist. Können wir es ausprobieren? Hä? Warum hat sich das jetzt wieder verschoben? Willst du mich verarschen? Ja, egal. Theoretisch reicht es mir noch. Auch wenn... Ey, was? 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 Ich habe eigentlich mal ein Level abbekommen langsam. Ey, jetzt wieder Falsches. Nee, da war noch nicht. Ey, Zerstörung 99. Wir haben bald Zerstörung auf 100. Ja, ich weiß nicht. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das sieht jetzt ziemlich cool aus, was? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich fand das sah so voll episch aus. Deswegen habe ich das mal reingemacht. Mal abgesehen davon, dass die Sterne jetzt außenrum viel deutlicher sind. Aber das ist eher weniger. Aber hier... Yeah, Imba. Und natürlich die Symbole auch ein bisschen anders. Aber nicht viel, sondern... Aber ich fand es trotzdem cool. Cool. Ich fand es voll cool. Mmh, yeah. Jetzt ist halt die Frage, wie ich da hinkomme. Wohin ich muss. Ob ich so hinkomme. Und warum ich eigentlich nicht beide Hände trage. Jetzt aber. Ja, ich trage meine eigenen Hände. Immer diese Logik in meinen Sätzen. Oh mein Gott. Ne, jetzt sag bloß, ich muss doch da hoch. Dann, dann fühle ich mich grad so... Ach, ich muss da hoch. Das ist Bullshit, ne? Wie komme ich da am besten hoch, indem ich nicht sterbe? Wie sterbe ich nicht, indem ich das einfach so mache? Huh. Und schon habe ich einen Weg gefunden. Ja, das sieht gut aus. Jetzt sag bloß, da kommt noch ein Drache. Ach so. Oh, nur ein dummer Schneebär, ey. Der Aufmerksamkeit sucht. Immer diese Viecher. Das ist echt... Das Allerfeinste überhaupt. So, jetzt stirbt mal. Ach, der ist ja schon tot. Oh, wie kann man das noch übersehen? Ja, ach was. Lege die Teile auf den Altar. Dann wird Dagon mit uns reden. Ja, das tut er. Ich frag mich nur, wie er schneller war als ich. Mein Pferd ist doch eigentlich das schnellste Biest überhaupt. Aber gut. Boah, ist das ein Vieh. Ach du Scheiße. Ich speichere die Scheiße ab. Wer weiß, vielleicht steht die Statue auf und tötet mich. Oh, das wäre so ein episches Mittel. Herr Rune Dagon, Fürst des Wandels. Okay. Wir haben euch eure Klinge gebracht. Ja, das haben wir. Wir bitten euch, bringt ihre Pracht und Herrlichkeit erneut nach Tamriel. Rede mit mir. Es funktioniert nicht. Warum versucht ihr es? Legt einfach eure Hände auf den Altar. Okay. Ihr Sterbliche. Ja. Ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Oh je. Ihr habt die Stöcke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Finde ich auch. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus. Während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Und das wäre? Tötet Silus. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Cool. Ich wollte ihn eh töten. Ähm. Soll ich dem widersprechen? Nein. So soll es geschehen. Yeah. Blut vergießen. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Champion ein. Ja mein Lord. Oder ich werde euch zermalmen. Was? Du willst mich zermalmen? Ich mach dich locker fertig. Aber okay. Ich töte den. Hey. Halt. Bringt mich nicht um. Ja ja. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar? Ich kann die Teile zurück in mein Museum bringen und sie in einer Vitrine unter Verschluss halten. Ihr erhaltet eine großzügige Menge Gold. Ich kann meine Sammlung vervollständigen und niemand muss sterben. Interessant. Äh. Dagon hat gesprochen. Bitch. Gut. Ich werde nicht ohne Kampf sterben. Ach so. Wollen wir wetten? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Stirb schnell. Puh. Ja das war schnell. Ja sprich mit Merunis Dargon. Ja dann soll ich halt nochmal mit dem Schreiben. Nein. Sondern reden. Soll ich sein? Nee. Aber die Rüstung könnte ich mitnehmen. Und ich werde dann auch nochmal sein Haus hier auseinander nehmen. Weil. Warum sollte ich es nicht tun? Hehe. Wenn er schon tot ist. Versteht ihr? Versteht ihr? Okay. Ich bin erfreut Sterblicher. Das ist klasse. Ich gebe euch meine Klinge. Macht es mal. Benutzt sie, um Zerstörung über Tamriel zu bringen. Oh yeah. Das werde ich. Hab Dank fürs Dargon. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Dein Muder. Rete meinem Namen Zerstörung über die Welt. Ich werde mal schauen, was ich so machen möchte. Legt eure Hände ein letztes Mal auf meinem Altar. Dann werdet ihr die Macht von Merunis Dargon selbst erfahren. Geiler Shit. Bestimmt besser als jede Droge. Komm, ausprobieren. Wow. Wow Shit. Orgasmus. Ja, das ist aber schon ein kleiner Deutsch, ne? Ja, naja. Nehmen. Hier, nehmen wir. Bevor ihr geht, Sterblicher. Ja. Oh, seriously? Ey, das ist nicht mehr lustig. Das ist assi, gar nicht cool. Okay. Hä, was treibt der da? Und wo ist der andere? Hä? Ah, da vorne. Was waren das für Viecher, jetzt mal ehrlich? Die haben nämlich coole Rüstung. Ach so. Aber von denen kriege ich die Rüstung nicht. Willst du mich verarschen? Die wollen mich töten, aber ich kriege die Rüstung nicht. You fucking kidding me? Weil die haben eine geile Rüstung an. Das ist aber doch unlogisch. Hä? Da liegt ja noch eine. Ach so, die liegen in derselben Ecke. Okay. Okay, egal. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, ich denke mal, wir gehen gleich da rein. Aber das wird dann wohl in der nächsten Folge sein. Tut mir leid, ich muss auch irgendwo meine Cuts machen. Äh. Also jetzt Cuts im Sinne von schneiden. Nicht im Sinne von, das ist für die Cuts. Ach, egal. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Auf Wiedersehen. Haha.